Sie ist traditionsreicher Teil der Weltkulturerbestadt Bamberg. Die Manufaktur für historische Tasteninstrumente der Familie Neupert. Mit Instrumenten, wie hier die Cembalistin Natalia Solotic eines spielt, haben sich die Neuperts seit 1868 weltweit ihren hervorragenden Ruf erworben. Durch höchste Klangqualität und vorbildliche Zuverlässigkeit. In Bamberg entstehen aus wertvollen Materialien und reichem Fachwissen Tasteninstrumente nach alter Handwerksmanier. Es bedarf fundierter Kenntnisse, sowohl der physikalisch-akustischen Zusammenhänge, als auch musikgeschichtlicher und handwerklicher Entwicklungen, um die Experten in den Musikzentren des In- und Auslandes zu überzeugen. Eine typische Vorrichtung im Cembalo-Bau, der sogenannte Schreinerhimmel. Er hilft beim Verleimen der Rippen bzw. des Resonanzbodens. Hier wird die Seitenwand auf einen Spinettkorpus aufgeleimt. Keiner der Arbeitsvorgänge ist so genormt, dass er mit modernen industriellen Methoden verrichtet werden könnte. Stattdessen kommt es auf das genaue Auge und die Erfahrung des Handwerkers an. Und natürlich auf sein Gefühl zum lebendigen Material Holz. Darin ist er den elektronisch gesteuerten Automaten der industriellen Serienfertigung überlegen. Das Zusammenfügen von Zunge und Springer ist eine diffizile Aufgabe. Der Springer steht auf dem hinteren, beim geschlossenen Instrument nicht sichtbaren Bereich der Taste. Die mit dem Springer verbundene Zunge ist so gelagert, dass der von ihr gehaltene Kiel die Seite bei Tastendruck anreißt und bei nachlassendem Druck dämpft. Für jede Taste bzw. jeden Springer wird ein Loch in das Deckleder des Springerkastens gestanzt. Vor dem Einsetzen der Springer werden die Stanzränder des Deckleders mit dem Lötkolben versäubert. Nur wenn alle Tasten exakt in der gleichen Höhe liegen, ist das Instrument optimal spielbar. Durch die Justierung am Waagbalkenstift werden auch kleinste Unebenheiten ausgeglichen. Auch seitenfertigt das Neupert-Team im Hause. Da ist alles aus einem Guss. Größte Sorgfalt in der Herstellung und Originaltreue kennzeichnen die Cembali, Spinette, Virginale, Klavikorde, Tafelklaviere und Hammerflügel aus Bamberg. Übrigens hat die Leidenschaft für historische Tasteninstrumente die hauseigene Sammlung über Generationen auf mehr als 300 wertvolle Instrumente anwachsen lassen. Heute wird dieser Schatz vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg gehütet. Hier erfolgt der Einbau der Klaviatur in ein zweimanualiges Cembalo. Die richtige Position der Klaviatur wird mit Probespringern überprüft. Selbstverständlich nehmen auch die Oberflächenveredlung Spezialisten im Hause vor. Dabei werden besondere Wünsche der Besteller gern berücksichtigt. So wie es bei Neupert generell üblich ist, individuelle Vorstellungen der Kunden nach Möglichkeit wunschgemäß umzusetzen. Gewiss ist es auch diese hohe Flexibilität, die Neupert als Manufaktur für traditionelle Tasteninstrumente bei professionellen Musikern und Liebhabern auf der ganzen Welt gleichermaßen erfolgreich macht. Die Intonierung eines Instrumentes erfolgt durch das Schneiden der Kiele. Diese Arbeit erfordert höchste Konzentration und es bedarf dazu großen Talents und jahrelanger Übung, bis man sie perfekt beherrscht. Die Springer werden zum Intonieren entnommen, damit die an den Zungen befestigten Kiele in die richtige Form gebracht werden können. Dabei geht es um Bruchteile von Millimetern und um eine völlig ruhige Hand. Nicht weniger Talent, Geduld, Ausdauer und Übung braucht man zum Stimmen der Seiten. Aber endlich, wenn all die überaus präzisen Arbeitsschritte mit großer Sorgfalt verrichtet wurden, wenn Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen ihr Bestes gegeben haben, ist das Resultat ein Instrument, das in seinen klanglichen Qualitäten und seiner besonderen Ästhetik unverwechselbar bleiben wird. Ein großartiges Unikat und dabei, wie Neupert Instrumente auf allen Kontinenten seit vielen Jahren beweisen, absolut zuverlässig im Alltags- und Konzertbetrieb. Die Firma Neupert ist ein 1868 von meinem Urgroßvater Johann Christoph Neupert gegründetes Familienunternehmen. Unser Ziel ist es, historische Tasteninstrumente zu bauen, in denen sich überkommene Bauprinzipien und Klangbilder mit moderner technischer Präzision und Zuverlässigkeit vereinen. Dank der Erfahrung und des Wissens von vier Generationen ist Neupert heute die größte Werkstätte ihrer Art in Deutschland und zugleich der heute weltälteste Hersteller im Cembalo-Bau. Lassen Sie uns noch einen Blick auf ein ganz besonderes unter den besonderen Instrumenten werfen. Es ist der Nachbau eines zweimanualigen Cembalos des berühmten Hamburger Instrumentenbauers Hieronymus Albrecht Hass aus dem Jahre 1734, also eines Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs. Über 20.000 historische Tasteninstrumente aus dem Hause Neupert bezeugen die reiche Erfahrung, das solide Wissen und die unbedingte Sorgfalt, die Bamberg für Instrumentenkenner aus aller Welt zu einem Begriff machen.